Können wir dann Erinnerungen aus der Ferne, wenn wir eine dissoziative Amnesie haben, wieder zurückholen? Das war erst vor kurzem eine Frage, die an mich gestellt war und das heutige Video geht genau darum. Ich bin Gabriela, psychologischer Berater und ich habe mich auf Entwicklungstrauma, KPTBS und emotionalen Missbrauch spezialisiert und ich freue mich jetzt auf dich. Als Erste ist gut, wenn wir die Frage beantworten, was ist überhaupt Dissoziation? Dissoziation ist eine dysfunktionale Stressbewältigung bzw. Stressverarbeitung. Dissoziation zählt zu einer der deutlichsten Symptome von komplexer posttraumatischer Belastungsstörung und ist sehr begünstigt, dass dieser Symptom in früherer Kindheit entsteht. Warum? Weil wenn wir im Erwachsenenalter Sieber oder wiederkehrende Stresseinwirkungen haben, dann haben wir bereits gewisse Muster schon, die wir anwenden für die Verarbeitung und Bewältigung von dieser Stresseinwirkung. Als Kind, insbesondere als Kleinkind, fehlen uns diese Muster, also gut bewährte Beispiele, die unser Gehirn auch schon abgespeichert hat und dementsprechend treffen wir auf etwas zurück, was sich das Gehirn im Kleinkindalter, wo er noch sehr, sehr plastisch und veränderbar bzw. überhaupt in der Entwicklung ist. Das ist eine unbewusste Entwicklung von einem Bewältigungsmuster, in dem wir Dissoziieren. Also das Wort Dissoziation kommt aus dem Griechischen und bedeutet Abspaltung. Und das beschreibt auch schon sehr gut und passend, wie unser Gedächtnis bzw. überhaupt die Aufnahme von Reizen, die wir dann letztes Endes als Erinnerungen und Erinnerungsstücke bzw. dann eben kurz- und Langzeitgedächtnis verarbeiten. Heute sind auch die schon mittlerweile wohlbekannten Citta, also unser heutiges Ich und eben Träumi, das kleine traumatisierte innere Kind mit dabei und werden wir euch erklären und zeigen, wie überhaupt diese Amnesie entsteht und ja, was denn eigentlich damals passiert war. Wir wissen heute, dass schätzungsweise 400.000 Reiter in der Sekunde was auf uns einprasselt und letztes Endes muss ja unser Gehirn, naja, das eben wahrnehmen, dann auch gut selektieren und dann auch auswerten, also sozusagen einordnen, naja, lohnt sich denn das überhaupt abzuspeichern? Oder ja, vielleicht tut es mir ja gar nicht gut, wenn ich das abspeichere, also ich mache damit etwas anderes. Und für diese einzelnen Funktionalitäten oder für diese einzelnen Aufgaben gibt es natürlich im Gehirn verschiedene Bereiche, die sogenannte Orte des Gedächtnisses und die spielen eine ganz große Rolle natürlich auch bei der Dissoziative Amnesie. Wie ich einleitend schon beschrieben habe, Dissoziation ist letztes Endes eine Art Abspaltung von Erinnerungen und es gibt verschiedene Formen von Dissoziation. Wir haben sogenannte Psycho-Former Dissoziation und auch Somato-Former Dissoziation. Das heißt, dass ich entweder bezogen auf meinen Körper gewisse, ja, Wahrnehmungen und auch Erinnerungen eben abspalte oder dass ich bezogen auf meine seelische Wahrnehmung und Gedächtnisraum, nenne ich das mal so, letztes Endes DTS, ja, verdränge. Die Dissoziative Amnesie gehört zu den Psycho-Former Dissoziativer Spaltungen. Und zwar, wie das auch schon sagt, mit Amnesie, also Amnesie ist ja auch wieder ein griechisches Wort und bedeutet, ohne Erinnerung zu sein. Und das heißt ja tatsächlich, dass viele Menschen, also seltsamerweise habe ich jetzt die letzten Wochen ganz viele begegnet, auch in Gesprächen, die erst vor kurzem zum Beispiel langsam Erinnerungen zurückgewonnen haben, aber auf jeden Fall viele, viele Jahrzehnte sogar so verbracht haben, dass sie entweder nur gewisse, gewisse Teile von Erinnerungen oder ganze Jahre zum Beispiel aus der Kindheit, sprich, sie konnten auch gar nichts, ja, aus dieser Zeit sozusagen als Erinnerung abrufen. Du hast es jetzt auch schon rausgehört, also es gibt ja tatsächlich die Möglichkeit, dass man sozusagen an diese Erinnerungen herankommt, wobei es ja nie eine, ja, eine Gewissheit oder auch nie eine Absicherung, sage ich mal, dessen gibt oder dafür gibt, dass diese Erinnerungen dann je wieder, ja, in die Präsenz sozusagen auftauchen und ich werde auch gleich ein wenig dazu erzählen, welche, ja, Vorgehensweise heute sozusagen eben bevorzugt wird, an solche Erinnerungen heranzukommen oder sich herantasten, weil, woher bemerkt, diese Erinnerungen mit dieser Amnesie, was unser Gehirn damals als, ja, Bewältigungsstrategie entwickelt hat, hat einen sehr guten Grund gehabt, warum vergessen hat. Umgangssprachlich benutzen wir das Wort vergessen. Bei dieser dissoziative Amnesie ist das vielleicht nicht ganz so der richtige Begriff, weil vergessen, naja, es verschwindet ja nicht, sondern es ist ja da, es ist ja vielleicht noch nicht abrufbar und was machen wir denn letztes Endes, ja, in konkreten Situationen. Wenn uns, auf uns ein überwältigender Stress einwirkt und mit dieser Stresssituation nicht zurechtkommen, dann wehrt sich unser Gehirn bzw. unser Mechanismus oder unser Organismus und wird diese Einwirkungen, die natürlich auch verschiedene Komponente haben, also durch unsere Sinnesorgane kommen ja diese Reize dann letztendlich bei uns im Gehirn an, wo ja gewisse auch Schalterung gibt bzw. wie so eine Schranke auch, ja, und eine gewisse Steuerung auch, also wo dann diese Erinnerungen, muss man sich so vorstellen, dass es ja gewisse Neuronen dann sind bzw. neuronale Schaltungen, Synapsen sind das, und es wird dann beschlossen, ob diese Erinnerung wir tatsächlich behalten wollen oder bevor wir das überhaupt verarbeiten, vielleicht sehr schön verpacken, dann eben Fragmentieren nennen wir das, also das ist ja ein sogenanntes Fragmentieren oder Konservieren, kann man sich das auch so vorstellen, dass wir lauter kleine Erinnerungsstücke oder Konserven oder eben Fragmente, bei dem Computer gibt es ja auch, nicht wahr, Fragmentierung und Defragmentierung, womit wir letztes Endes die Speicherplatte effizienter sozusagen ausrichten, ist genau das gleiche, das Prinzip ist das gleiche, also es gibt ja kleine Einheiten, ja, ich sag mal so kleine Erinnerungseinheiten, wie auch vielleicht kleine Puzzlestücke, ja, von einem großen Puzzlebild und je nachdem, ob dieses Erinnerungsstück uns, naja, gut tut oder nicht und wir in der Lage sind, diese zu verarbeiten oder nicht, wird dann entweder sofort verpackt und ja, gerettet, also irgendwie da so weg, schön weggeräumt oder heißt es, dass sich das wirklich auswerte und dann wird entweder erst in Kurzzeitgedächtnis und später dann, wenn es sich lohnt, diese Information länger zu behalten, in Langzeitgedächtnis verschoben. Und wenn wir aber so eine große Traumaeinwirkung, traumatisches Erlebnis haben, dass diese Schranke, was ich eben erwähnt habe, Hippocampus, dieser Hippocampus wird die Bewertung machen, oh nee, also das werde ich jetzt nicht noch weiterleiten, sozusagen im präfrontalen Kortex oder ich werde das auch nicht nochmal in Thalamus verschieben, sondern ich mache schön in eine dicke Konservenschale verpacken oder in ein Tresor schließen, das sind ja vielleicht auch kleine Tresoren, ja, im Gedächtnis und im Gehirn und da lasse ich jetzt mal niemanden heran. Je nachdem, wie lange diese Einwirkungen und wie oft natürlich diese Einwirkungen andarten, haben wir dann ganz, ganz viele solche Tresoren oder vielleicht viele kleine Tresoren, sogar eine große Tresor, also das sind dann vielleicht auch wirklich mehrere Jahre, ja, aus der Kindheit, die einfach verschwunden sind, beziehungsweise nicht als Erinnerung, ja, als präsenter Erinnerung da sind, im Gehirn verschlossen. Jetzt lasst uns vielleicht mal anschauen, wie heute Citta, also dein heutiges Ich und eben damals das kleine traumatisierte Ich eben damit umgeht. Also, du bist vielleicht noch zwei, du trägst auch ein Windel und ja, Windel ist ja voll und du hast aber auch unglaublich Hunger und würdest du auch ja schon, es ist ja dein nächstes Mal einnehmen. Und du bist ja zwei, also du kannst ja auch noch nicht sprechen. Was machst du? Fängst du an zu schreien, ja? Schrei, schrei, so. Was passiert? Kommt rein gar nichts und gar niemand und du merkst, dass nicht nur, ja, alles, dass sich alles schrecklich anfühlt, ja, an deinem Körper, sondern, dass du auch natürlich Hunger hast und dass du auch niemanden um dich herum hast, immer mehr auch Angst bekommst. Das heißt, dass dein klein innerer Kind, ja, von damals, beziehungsweise auch noch heute, hast du ja hier, registriert, ja, Reiz kommt rein in dein Gehirn, Reiz kommt rein, schreckliches Körpergefühl, Hungergefühl, niemand da, also keine Bindung, ich bin auch unsicher und ich werde nicht überleben. Also, im Gehirn, wenn das erste Mal das so kommt, dann empfindest du natürlich sofort auch Schmerz. Das ist nämlich auch immer mit einem Schmerz, also einem seelischen Schmerz verbunden, das kann man heute auch sogar MRT zeigen. Und, ähm, du lässt dich vielleicht auch nochmal bemerkbar machen, nicht wahr, durch weiter Schrei, Schrei und Weinen, irgendwann hörst du aber auch damit auf und gehst in eine Resignation, aber um das schreckliche Körpergefühl, ja, von dem vollen Windel und Alleinsein und Hunger haben und vielleicht auch kalt und, ja, niemand da, also keine Zuwendung, keine Liebe, keine Resonanz, kein gar nichts, ähm, damit diese Gefühle nicht mehr hast und die Schmerzen du nicht mehr hast, dann sagt eben jetzt dein Gehirn, boah, ja, das habe ich jetzt mal so abgespeichert, ähm, das ist ein schreckliches Ereignis und damit ich ja diese Schmerzen nicht habe, werde ich jetzt eben erstmal meinen Körper abspalten, ja, damit ja tatsächlich dieser, der Hunger und diese ganz schrecklichen Gefühle nicht mehr da sind. Also ich spalte es ab, oh, ist das wunderschön, ich spüre da nichts mehr und damit ich dann halt auch in Amygdala, wo wir unsere ganzen Emotionen abspeichern, äh, zunächst vielleicht nicht mehr überlade und diese Schmerzen, diese seelischen Schmerzen auch das nächste Mal nicht mehr, ja, ertragen muss, werde ich dort natürlich ein Signal an der Schranke von, ähm, Hippocampus, ähm, setzen und mein Gehirn das nächste Mal weiß ganz genau, dass wenn wieder sowas kommt, dann werde ich all das, was passiert, also ist zwei Tage später passiert halt genau das Gleiche, du hast jetzt wieder genau das Gleiche, die gleiche Situation und damit die Schmerzen du nicht aufs Neue erlebst und diese Todesangst nicht erlebst und das schreckliche Körpergefühl auch weg ist, du packst es sofort, wo du erkennst, ach, das ist genau die gleiche Situation, packst du sofort alles in das schöne, wunderbare Fragment rein und tust du wegsperren und somit ist es auch in alter Sprache vergessen, das heißt, diese Dissoziation, also diese Abspaltung auch nicht nur, dass du deinen Körper, aber damit auch diese gesamte Situation, dass du verpackst und eben abspaltest, dadurch hast du dich geschützt. Ganz, ganz wichtiger Punkt und Hinweis, weil das bedeutet, dass dein Körper und dein Gehirn in der Lage war, etwas Wunderbares zu entwickeln und es hat dir auch alles leichter gemacht. Das heißt, dass diese Fragmente und diese Erinnerungsstücke dir damals das Leben gerettet haben und da du damals das nicht verarbeiten konntest und du das heute aber erfahren wirst, musst du dir die Frage stellen, bin ich in der Lage heute, falls diese Erinnerungen hochkommen, also gewollt versuche ich sie wieder nach oben zu tragen, bin ich in der Lage zu verarbeiten? Jetzt könnten natürlich viele fragen, naja, warum will denn jemand diese Erinnerungen wiederhaben, wenn sie natürlich eine sehr gute Schutzfunktion hatten und uns dabei, naja, vor Schlimmen oder Schlimmeres über ganz lange Zeit, ja, vor Schlimmeres bewahrt und geschützt haben, warum muss ich denn diese Erinnerungen haben? Ja, die Problematik ist, dass wir Gedächtnis und Erinnerungen, auch insbesondere autobiografisches Gedächtnis und autobiografische Erinnerungen, nicht einfach wie so eine Lebenslinie mit vielen Strichen und Punkten wahrnehmen, sondern das ist Teil unserer Identität. Also ich gehe stark davon aus, dass diese Menschen, wenn eben den Wunsch haben, diese Erlebnisse, diese Erinnerungen genau haben zu wollen und genau erfahren zu wollen, ist genau dieser Wunsch dahinter, weil sie, weil das natürlich zu ihrer Identität gehört. Das ist mehr als sozusagen etwas, okay, ich weiß es nicht, sondern wir haben das tatsächlich erlebt. Also es ist nicht nicht Geschehenes, sondern tatsächlich erlebt ist, was auch irgendwo in unserem Organismus, in unserem Körper, in unserer emotionalen Welt, ja, eigentlich vorhanden ist und bis heute, dass es auf uns einwirkt, auch wenn wir das nicht wissen. Und das kann höchstwahrscheinlich der Grund sein, warum diese Menschen und auch vielleicht du diese Erinnerungen wieder haben magst. Also früher hat man primär eben Hypnotherapie verwendet, oder Tiefhypnose, beziehungsweise Trauma-Arbeit, auch eben mit dissoziativen Teilen, also sogenannte, naja, viele, also die verschiedenen dissoziativen Anteile oder Teile von uns, also mit so einem inneren Team hat man letztes Endes gearbeitet. Und diese Vorgehensweise wird heute immer mehr durch neue Ansätze ersetzt oder halt ja verdrängt vielleicht. Sehr, sehr deutlich und erkenntlich ist, dass früh traumatisierte Menschen und wahrscheinlich dann auch du, wenn du das eben zuhörst, primär darin, dass Leid und den Staden erlitten haben, dass ihre Bindungen unsicher waren oder vielleicht sogar bis heute sind, also auch die Bindungsmuster, beziehungsweise, dass eben die Stressbewältigung, Stressverarbeitung, beziehungsweise auch die Beruhigung, was ja sehr wichtig ist, Stichwort Selbstregulation, vergeleitet und nicht, ja, nicht funktional vorhanden ist. Dass es gar nicht so einfach ist, an solche Erinnerungen ranzukommen. Also wie funktioniert denn, lässt es denn das Ganze am Anfang, also Zeitpunkt sozusagen, wo diese Ereignisse im Kindesalter geschehen? Naja, wie ich erwähnt habe, im Kleinkindesalter überhaupt mal entstehen. Also das heißt, dass wir die sechs Ebenen unseres Nervensystems bilden, die bilden sich ja gerade erst aus und wir wissen ja, dass das erste Ebenen des Nervensystems ist ja das Stresssystem, welcher sich ja ausbildet und wenn dieser Stresssystem schon so früh so zugeprasselt wird und zwar mit, ja, nicht nur ungewollte, aber auch eben nicht guttönden Reizen, dann nimmt ja natürlich dieses Stresssystem nicht nur Schaden und ganz, ganz viele Wunden, sondern entwickelt sich ja anders, als ursprünglich die Natur angedacht hat. Wir müssen auch bedenken, dass wenn das Stresssystem als erstes System hier schon eben mit so vielen Schäden, Wunden sich herangedeiht, alle anderen Systeme, die sich danach erst eben ausbilden, wie zum Beispiel gleich als zweiter unser Beruhigungssystem, auch auf einer schiefen Bahn sich entwickelt. Alles läuft anders, als dass das Gedeihen eines Kindes unterstützen würde. Kommt dazu, diese Fragmentierung, also dieser Prozess, das das Gehirn sehr, sehr früh gelernt hatte, diese, ja, ungute Reize, sozusagen, in Fragmente abzuspeichern, das wird zu einem Muster. Also dieser Stressbewältigungsmechanismus, das wird eine Gewohnheit, ein sehr gut und sehr tief angelernte, erworbene, selbstentwickelte Struktur und dementsprechend wird dann dieser Mechanismus, diese Muster auch öfters, also nach dieser ersten Fragmentierung und Dissoziation immer wieder angewendet. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass gleich im Kindesalter hat unser Gehirn einen ganz anderen Mechanismus für die Verarbeitung von Erinnerungen, beziehungsweise die Erinnerungen dann sind hier dann die verarbeiteten Reize, also überhaupt für Reizeinwirkung und Stresseinwirkung erlernt. Dementsprechend ist die Entwicklung und Entpackung von diesen Fragmenten es auch nicht nach Schema F, sondern bei jedem Menschen wird es wahrscheinlich in einer anderen Tiefe sein, auch mit anderen ja, ich sag mal, Auslöserreiz das Möglichsein und wenn wir, da habe ich ja auch schon mit der Triggerliste das auch beschrieben, wenn wir KPTBS haben, also mit Entwicklungstrauma und Entwicklungstrauma beinhaltet ja immer, inkludiert ja auch immer die Bindungstrauma, aber wenn wir damit ja unser Leben meistern, dann ist uns klar, dass letztes Endes alles uns triggern kann, also so ein ja, Erinnerung entpackender Reiz, also ein ganz ganz alte Erinnerung plötzlich auflösender Triggerreiz kann zu jeder Zeit in meinem Leben und durch alles Mögliche mal ja, passieren. Durch die neuen Erkenntnisse aber, also das spüren natürlich Erkenntnisse auch aus Neurowissenschaft beziehungsweise Neurobiologie, Hirnforschung und Epigenetik mit rein, wurde diese Vorgehensweise verändert. Es gibt bereits seit den Ende der Neunzigern gab es in der USA mal so eine Feldstudie, wo eben durch Hypnose ganz viele Patienten plötzlich sogar sexuelle Missbrauch als Erinnerung da hatten, wovon sie davor nie was gewusst haben. Also sie waren ja ursprünglich sogar wegen was anderem zu Therapeut gegangen und dann kamen plötzlich solche Erinnerungen hoch, wobei dann auch nicht Klage aber ein Beigeschmack oder viele haben sich gewehrt beziehungsweise sich beklagt und auch angezweifelt. Sind dann diese Erinnerungen überhaupt reell oder war das vielleicht nur eine Art von Manipulation oder Suggestion durch die hypnotische Behandlung? Diese Hypnose kann natürlich auch gerade bei solchen Erinnerungen überwältigend oder auch einfach solche Geschehnisse plötzlich hochholen worauf wir uns noch gar nicht vorbereitet haben oder letztes Endes überhaupt die Ressourcen nicht haben oder auch nicht mehr schlicht und einfach nicht mehr erlangen werden weil wir so viel erlebt haben. primär die destruktive und nicht guttueende Endungsmuster also beziehungsweise interpersonelle Schematas naja aufdeckt und durch Wohltuende ersetzt dazu gehört auch dass man auf jeden Fall den Anteil welcher hoch funktional noch bis heute ja Alltag vielleicht meistert und das Leben meistert weiterhin wahrnimmt aber ein Bewusstsein Erweiterung herbeifügt indem man auch die anderen Anteile ja nicht nur berücksichtigt aber auch Zuwendung schenkt dass man immer mehr kennenlernt und dass diese Anteile die in uns auch zum Beispiel mit Amnesie vorhanden sind in Kontakt bringen also dass wir diese Bindung diese dysfunktionale Bindung die auch zu uns selbst entwickelt haben langsam aufbauen und zwischen den verschiedenen Anteilen die wir uns entwickelt haben das klingt wahrscheinlich für viele etwas befremdlich sogar aber diese Anteile also die wir durch unsere Biografie entwickelt haben und bis heute besitzen dass wir diese in der familiäre zuhause das ist ein tolles tolles Bild oder in der familiäre zuhause zusammenführen und ein Ich Gefühl dann haben werden wo ich ja dann mein heutiges Ich also Citta beziehungsweise mein traumatisierter kleiner Träumi hier aber zusammenführe und das kann sein dass ich nicht nur ein Träumi habe sondern Träumi hat noch zwei drei vier fünf Geschwister und Gebrüder aber dass wir irgendwann alle zusammen eine Familie sind und dass wir uns als eins anfühlen das ist letztes Endes die Zielsetzung und dass wir langfristig eben auch unser Beruhigungssystem in einem Zustand und in einer Form haben wobei wir uns weitgehend selbstständig regulieren können und dass wir durch immer mehr Wissen verstehen und warum und was sich entwickelt hat uns nachhaltig aber auch selbstständig diese Nachbeelterung wir fortsetzen und dass wir unser eigener Therapeut und Begleiter werden haben ich hoffe dass dir auch heute dieses video gefallen hat und ob deine erinnerungen wiederkommen oder auch nicht wiederkommen sei bitte achtsam damit. Also auch mit der Entscheidung, dass du diese Erinnerungen haben möchtest, ist sehr gut nachvollziehbar, weil das auch zu unserer Identität gehört, was mit uns, mit unserem Körper und auch mit all unserem Wahrnehmungsraum oder in unserem Wahrnehmungsraum passiert war. Aber es darf nur, es darf eine Langsamkeit haben. Es darf dein Tempo haben, das sollst du immer jedes Mal gut abwägen und gut überlegen. Und wenn du dazu auch eine Begleitung haben möchtest und in einer Familie du dann diese einzelnen Schritte zusätzlich vielleicht zu deinen Therapeuten eben begleitet haben möchtest, dich darüber auch austauschen möchtest, dann suche unsere Akademie auf und wir freuen uns alle auf dich. Also, wenn du Fragen hast, dann bitte in Kommentarfeld und ansonsten ganz gute Zeit und liebe Grüße, Gabriella. Ah ja, und Jitter und Träume sind natürlich auch da. Tschüss! H��니다150 Gute 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 Untertitelung des ZDF, 2020